da ist sie, perfekt. besser geht's doch gar nicht. die ist schon ein bissel, upala, hey, jetzt hat der mal hier so, hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal Prostab Batergarm mein letztes video ist jetzt schon ein bisschen länger her und vor allem die fütterungsvideos und ja, ich habe mich jetzt einfach mal bemüht hier ein neues video zu drehen jetzt bei schönem wetter und zwar gibt es heute ein neues fütterungsvideo einfach mit riesen heuschrecken, okay, die habe ich jetzt erstmal vergessen die hole ich auf jeden fall gleich und mit diesem guten hier, dem ZVT Plus Reptile, das habe ich auch verlinkt ist gar nicht so billig, aber es ist auf jeden fall wert, sehr alt und bewährt, gute Bewertungen habe ich euch eben verlinkt kostet für 200 Gramm, also das ist 200 Gramm, glaube ich um die 20 Euro, vielleicht ein bisschen mehr aber da ist der Versand auf jeden fall schon drin, deshalb kann ich nur empfehlen und ich hoffe jetzt auch, ihr seht mich kurz dass das Mikrofon, das hier gerade an mir angeschlossen ist, auch funktioniert, ansonsten wäre der ganze Hase ein bisschen mies letztes mal hat es nicht ganz funktioniert, aber ich hoffe es klappt, ich habe es vorher nochmal ausgetestet und es müsste klappen auf jeden fall, ich hole jetzt die Heuschrecken und Puder, ein paar davon mit ein, das sind große, das Bike hat schon Hunger Salat liegt hier noch von gestern rum, hat da rumgewühlt auf jeden fall, muss ich dann wieder raus machen frischen rein, aber heute ZVT Plus Reptile und Heuschrecken, let's go also Freunde, hier sind die guten Opfer die werden jetzt verfüttert und heute natürlich nur wieder eine Hand am Start, die sind jetzt ein paar Tage auf jeden fall alt das heißt die sind auch schon ein bisschen rot, teilweise, okay, jetzt springen alle raus, die haben es jetzt entdeckt scheiße, scheiße hui, also sorry, das darf ich halt nicht sagen oh, oh my god die springen ordentlich weit, ja auf jeden fall die kommen jetzt hier rein, damit die vielleicht schon mal nicht weg springen hmm zack komm, geh rein, freiwillig dann machen wir zwei auf einmal rein, mehr geht nicht zack hui hoho lul die können aber da weit wieder raushüpfen, schaut mal ja, zwei Stück, bitte springt nicht raus ein bisschen Reptile oh, shit, das Zimmer von meinem Bruder, das sollte ich eigentlich unterlassen so sauererei zu machen, aber er ist gerade unterwegs hoffentlich sieht das Video nicht, lul gut, dann ein bisschen schütteln ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr rein machen können, wobei es reicht reicht eigentlich völlig aus ein bisschen schütteln dann sind die verwirrt hier aufmachen und einfach dem Hasen anbieten ne, Spaß der Batergabe mit einer Hand ist ein bisschen nervig immer aber, was soll man machen komm raus schön weißen Viecher Schneeheuschrecken so da kommt er oh und there we go Freunde der freut sich jetzt aber yummy yummy und übrigens Freunde wenn ihr ein Mikrofon benutzen externes kann ich euch eigentlich nur die App Open Camera empfehlen ihr seht auch wie flüssig das Video ist durch die gute Software von der App ohne Gimbal hier ist noch eine und der Autofokus ist eindeutig besser als bei meiner Hauptkamera App das muss ich einfach mal so sagen und auch die Lichtverhältnisse also hier ist der Spike ist gerade hier bei dem Stein sieht, dass da noch eine Heuschrecke ist zack und gleich ist sie tot nochmal ah jetzt bin ich gegen die Scheibe geklatscht mit der Sonnenbrille so und da wird sie gefressen insgesamt kriegt er auf jeden Fall mindestens vier Stück das sind ja schon einige rausgesprungen eine haben wir hier noch und die andere bitte krabbel die nicht irgendwo rum und mein Bruder sie ist dann bei meinem Bruder im Bett auf einmal schauen wir mal ich hoffe aber ich glaube es nicht also da ist sie perfekt besser geht es doch gar nicht ah hier du die ist schon ein bisschen upala hey jetzt hör mal hier so geht es nicht kommst du jetzt ins Sklavenhaus hui rein mit dir du auch könnt euch paaren noch ein bisschen vom ZVT rein Klappe zu hui und heute ist auch echt schönes Wetter krat mal rein wie das Wetter bei euch ist also ich werde das Video morgen hochladen ich werde es wahrscheinlich heute Abend schneiden oder morgen früh äh ja Spike bleibt es schöner drin ich mache dir gerade dein leckeres Mittagessen so hier sind sie Deckel nochmal kurz abladen und dann können wir jetzt auch schon wieder vielleicht er darf mal ein bisschen laufen ne so müssen wir kurz durch die Scheibe filmen der Autofokus gefällt mir echt hier ist noch eine oh die hat aber gepudert wenn man die Tiere nicht anstupst oder so dann dauert es immer bis er sie sucht aber Tipps und Tricks sind am Start also einfach ein bisschen die Tiere anschubsen und dann ist es auch schon wieder wierig drauf perfekt so mein Bruder und meine Schwester kommen jetzt gerade auch vom Spazierengehen zurück ähm das heißt ich will hier auch nicht weiter stören im Zimmer dann würde ich sagen ich packe das jetzt hier alles nochmal weg das soll es gewesen sein mit diesem Video ich hoffe euch hat es gefallen lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt äh das hier kann ich wirklich nur empfehlen 23 Euro hebt echt eine Weile sehr sehr lange und ja gibt eigentlich nichts besseres würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video haut rein empfehlt mich weiter abonnieren und ciao euer wie heiß ich Julius ha lul bis jetzt 一